Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Geh. Jetzt schau doch nicht zu. Ach, geh. Erst mein Joghurt, dann die Dusche und dann eins nach dem anderen. Du bist meine Dusche, meine Geburtstagsdusche. Entweder ganz heiß oder ganz kalt. Kalt nur, wenn ich allein bin. Ein Geschenk von mir. Erinnerst du dich? Amelie Paratini. Leonidas Tachizzi. Beim gloriosen Linkswalzer. Ich erinnere mich und ich danke dir tausendmal. Gar nicht wusste, dass es das Bild noch gibt. Ja, da waren wir noch Kinder damals. Das heißt, du bist ja noch heute. Na freilich, Onkel hier. Sei doch nicht so grauslich erwachsen, du. Du bist ein Kind. Sag mal, glaubst du, ändert sich was im Leben eines Mannes, wenn er fast 50 geworden ist? Ja. Fast 50. Nicht viel, denke ich. Und vielleicht bis auf die Erkenntnis, dass die Beherrschung des Lebens in dem Maß zu gelingen scheint, indem es langsam vorbeigeht. Vorbei? Du bist aber heute erst 48. Erwartungen habe ich schon noch. Zum Beispiel? Deinen 48. Geburtstag zu feiern zum Beispiel. Und deinen 50. Dann wirst du bis dahin verhungert sein, wenn du weiter deine Diät lebst. Aber ich mache diese Diät nur für dich. Und so werde ich halt auch für dich stärken. Und ich? Was mache ich dann ohne dich? Und warum denn, glaubst du, kiefel ich den Salat? Und warum würg ich die Diät, wie das bei dir heißt? Warum wohl? Weil Paradini sich fast mit Disziplin reimen tut. Deswegen wärst du ja unerträglich, von dir selbst einfach nichts zu verlangen. Dein Glück mit nichts bezahlen zu müssen. Mein Glück. Einbilden tut dir wohl gar nichts, Leon. Na, freilich dein Glück. Und weil du weißt, dass du schön bist, wirst du ja doch ein bisschen dafür gebüßt haben. Mein Gott, dein Sektionsschiff. Sie haben den Beamten, die einmal ihre Vorgesetzten gewesen sind, das verbindliche Geschmabel abgelauscht. Und ihre Mienen angepasst und abgeschlägt. Eine weise Besonderheit altösterreichischer Beamten-Tradition. Jetzt lauschen es die anderen mir ab. Sei nicht immer so unerträglich sicher, Leon. Du bist mir so brillant. In aller Herrgelsfrüh schon. Schau mich nicht fort so an, so impertinent und frech. Du, du... Ja, ja, du funkelst ja richtig vor lauter. Ja, gewusst wie. Amelie, reservier dir das fürs Ministerium. Bei mir, der hier braucht, ist keine Karriere mehr machen. Nur bei dir, Amelie. Weil, Sektionsschiff bin ich ja schon ein ganzes Jahr. Nebby. Bitte, ich tu nicht so jüdeln, Leon. Das kannst du wirklich machen. Das kann ich schon, weil die Juden reden wie Musiker spielen. Und was die Leute meine erstaunliche Karriere haben...